Liebe Susanne, liebe Instant Change Community, ich möchte mich von Herzen bedanken für diese großartige Erfahrung, die ich da machen durfte, für diesen unglaublichen Heilungsprozess. Ich muss dazu sagen, ich arbeite schon sehr, sehr lange an mir und ich habe schon sehr viel in diesem Bereich ausprobiert, was auch alles wirkungsvoll war und mir auch geholfen hat. Aber was mir an Instant Change so besonders gut gefallen hat, war, dass man wirklich in Time eine Veränderung merkt, nämlich groß, ich würde fast sagen global, es ist so wie eine Rundumerneuerung. Das heißt, das, was ich früher in Einzelsitzungen ganz langwierig immer eine kleine Stellschraube optimiert, das ist in diesem Instant Change Programm sozusagen, in diesen drei Einheiten, wurde so viel massiv verändert zum Positiven für mich. Und an der Stelle sei auch erwähnt, dass es mir wirklich nicht gut gegangen ist. Das heißt, ich hatte eine sehr traumatische Erfahrung vor einem halben Jahr, die Spuren hinterlassen hat, nicht nur auf energetischer, sondern auch auf körperlicher Ebene. Und ich war sehr, sehr skeptisch, weil ich schon seit einem halben Jahr an diesen Dingen gearbeitet habe und es waren auch immer kleine Verbesserungen zu sehen. Aber das, was ich jetzt mit Instant Change erleben durfte, das hat mich echt sprachlos gemacht und ich musste ja ein bisschen aufpassen, dass ich da dann nicht gleich volle Kanne reinkippe. Das ist ja so mein Profil, das heißt, wenn ich etwas gut finde, dann würde ich das am liebsten in Dauerschleife konsumieren. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Instant Change verbindet viele Dinge, die ich kennenlernen durfte, viele einzelne Tools in einem großen Tool. Und ja, ich glaube, man merkt, dass ich bin sowas von begeistert, denn es ist eine absolute Lebensqualität, die man da dazu gewinnt. Nicht nur das, ich fühle mich extrem ausgeglichen, harmonisch. Ich bin wieder sowas von in meiner Mitte und ich habe wieder meinen Frieden gefunden. Und dafür bin ich unendlich dankbar.